Ja hallo und willkommen zu einem Let's Play mit meinem Kumpel Erik Hi Ja, hi Und mir, Dolpina Wir machen ein bisschen Trackmania United unsicher Und wir sind gerade dabei ein paar Schrecken herauszusuchen Welche fahren sollten Sag mal, welcher wir fahren Ich scheiße, gerne mal einen Verein Okay Ja, jetzt wieder da fahren Ne, warte, Blue ist einfacher dann Ich hatte mal eine Oma, wie ich es hat, aber mir auch egal Gucken, die soll zu lang So Wir wissen nicht, wer anfängt, aber es wird sehr interessant Weil er ist manchmal besser als ich und ich bin manchmal besser als er Es ist ein ausgewogenes Rennen und jetzt wird es spitzig und spritzig und verwelt Ja, genau Ich bin jetzt eigentlich nur bei dir, ist ja klar, ne? Was? Ich bin jetzt eigentlich nur bei dir und du fängst an Ja, ich fang an Dolpina ist dran Was ist denn, was ist denn, was ist denn Grinst nicht, ich werde dich schon mal Ich werde wieder so eine spitze Zeit vorlegen, die wirst du wieder nicht toppen können Oh mein Gott Nicht toppen können Und so anfängt, Leute, was solltet Wirst du, willst du mich verarschen, dass du einmal den Autorenmedaille besiegt, die ich immer noch nicht gekriegt habe Ich weiß nicht, welches Rennen das war, aber du hast eine Autorenmedaille geschafft Da bin ich immer noch dran, die zu schaffen Und Penny, gib mir jetzt noch eine Art kleine Videoantwort an dich, weil wir haben vor Die Autorenmedaille hier in diesen Rennen zu gewinnen Und wenn wir das schaffen, siehst du, dass es die wirklich gibt So, das war mein Forscher, jetzt bist du dran Zappi voll Also, du gehst dann mit Gas links rechts bremst Ja, dann mach Ich habe eine kleine Instruktion, weil wir sind jetzt seit Monaten nicht mehr gefahren Jetzt fährt er wieder Langsam mal, oh mein Gott What the hell are you doing? Ich kann nicht fahren Komm schon so vernünftig, du bist im Internet Nicht so schnell, du musst da langsamer fahren Aber macht Spaß Ja, macht Spaß Nobody is laughing Ah, was tust du? Das soll was seriöses werden Was ist nicht seriös, das ist kontraproduktiv Ah Ah Uh, er schafft mich nicht War doch klar Na, dann komm Oh 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 Ohh Oh Das soll Jesus Ja Ja Könntest du noch einmal Ne Oh Du bist zu schnell Jetzt bist du zu langsam Oh Kink Du kannst es nicht lassen ne Hm Das kommt dir bekannt vor Wieso stellen die so schnell? Ja, das ist wahr. Ja, das ist wahr. Ich hatte nur die Einladung. Rupen, das ist stress... stresslicher Ges... Das ist schon wahnsinnig, Alter. Ah, 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 du kackst ab, du kackst ab! Hm, du kackst sehr ab. So kurz schon ziehverdammt! Und dafür kann man extra Einlagen machen. Dafür ist aber keine Punkte. Oh, das könnte, das wird, er wird, er kommt, er kommt ins Ziel! Fast eine halbe Minute zu spät! Du bist noch mal! Hä? Du bist noch mal! Ach, scheiße! Ach, scheiße! Ach, scheiße! Wieso, du bist so schnell? Schon wieder! Ja! Ja, also wie meine Oma fährt ein Hühner-Steil-Motorrad, der hab ich den Stahl! Das ist sehr witzig! Macht sie aber wirklich! Nein! Nein! Dafür ist doch nicht nur noch dafür so klein! Denkst, ne? Ist so! Und du kackst ab! Aber mit der neuen Erweiterung von TotenStar geht das schon! Was? Ja, muss ich noch steil fahren! Ich bin dran und ich leg... Oh nein, ich hasse solche Felder! An dem Feld musst du beachten... Sehr pifoi! Du kannst hier kein Gas geben! Bremsen kannst du aber kein Gas geben! Und hör auf, mir ins Gesicht so blenden mit einer Taschenlampe! Ah! War nicht sehr toll! Nein! Ich kann es nicht mehr! Hilfe! Ja! 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 Ich bin im Ziel! Das musst du erst mal schaffen! Das musst du erst mal schaffen! Zu schnell! Oh! Du musst eigentlich nur diese Kurve gut schaffen! Dann hast du eigentlich gewonnen! Nein! 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 Wie voll einfach! Ich hatte voll die Probleme! Ich bin im Ziel! Ich bin im Ziel! Ich bin im Ziel! Ich bin in der Fall! Hör ab! Hahahaha! Hahaha! Ja, mit Jupp ist so schlimm, Mann! Oh, 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 oh! Steigerung, Steigerung! Es war... Also, wie ist es schneller geworden? Ungefähr fast eine Sekunde, aber bin immer noch zu lang... Immer noch zu lang für mich! Immer noch zu lang für mich! Und ich glaube, das waren gerade ein paar Lacks vom PC. Da kannst du nichts für. Oh, er kackt auf halber Strecke ab. Du kannst auch nicht rückwärts fahren. Du kannst nur bremsen, aber nicht rückwärts fahren. Freie Fahrt! Ich habe eigentlich auch Medaillen, Ich glaube nicht, ne? Ich nehme jetzt dich besiegen. Ja, okay, dann nehmen wir jetzt unseren Autoschlüssel und dann fahren wir jetzt eine Runde. Ich glaube, du kannst mich nicht besiegen. Das ist so ein Spiel. Ist so. Ist so. Ich bin wieder zu schnell... Boah, schon grad so... Boah, guck' wie perfekt ich das geschafft habe damals... Boah! Bei einigen Augenblicken... Das ist das Otto Rennen, was so stattgebringelt in meinem Magendammbereich. Oh, 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 oh! Hiyao. Du kannst auch da sitzen bleiben, glaub mir. Ok! das Kabel. Okay. Okay. Viel Spaß. Scheitern wirst du geschaffen, um zu knechten. Meine Rekordzeit sie wurde. Auf Star Wars Typ zu sein. Um dich zu knechten. Das war Herr der Ringe. Ein Ring, um sie zu knechten. Das ist Herr der Ringe, ja. Star Wars ist dann der Yoda-Style. Na und? Na und? Das ist Tatsache. Ein Fakt. De facto. Weißt du was? Ich hab mit diesen Kack-Drainingboards, dass ich dich versäge. Los geht's. Du kannst mich mal in Extremo gehst und Call Out in the Dark und One. Weißt du, warum ich so schlecht fahre? Bis auf das Pikachu ist in meinem Auto. Warum hat Pikachu so große Körper? Ja, als ich mir voll gemacht habe. Das liegt einfach an deinen blöden Skills. Das ist alles. Pfeil Fahrt, weißt du ja schon. Ja, hab ich verloren. Da freut sich einer so richtig doll. Oh, ganz knapp. Sehr knapp. Wenn du das nicht schaffst, dann ist die Zeit eh bei dir vorbei. Und er ist vorbei. Es ist vorbei. Ich hab jetzt 2 zu 0, liegt es. Es ist 2 zu 0, mein Freund. Hm, wer fängt an? Der mit dem Reagenzglas aus. Weißt du, sind evil. Alles in anderer Form. 3D? 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 Das sehen dann die Zuschauer auf YouTube nicht besonders gut, glaubst du mir. 3D? 3D? Ja! Ah, und. Wowo! Du kannst mich nicht ablenken. Nein, hör dir. Nimm die Hand von meinem, von meinen Augen weg. Der ist ganz fies der hält seine Hand von meinen Augen weg. Ne, 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 gefahren und ich zum ersten mal das ist das stimmt nicht du hast ja auch schon mal gefahren nein das war vor einigen monaten wenn es auch das jahr zwar viel spaß beim nächsten mal bremst ich ein bisschen eher damit du noch mehr zeit hast daraus aufzuholen die sticht die sicht ist da sehr praktisch ja da muss man leider mit zeug auf matz das ist eigentlich eine ganz gute hilfe ich wirken wirken mir tut es wirklich welches denn links oder rechts da ich stehe doch nicht ja ok da helfe ich dir auch nicht ok hilf mir fahren ok dann fahr ich nein du fährst du fährst nein du fährst ja ja nicht wirklich ne also ein stadtman schafft es eigentlich richtig und du machst es nicht oh oh das ist jetzt ne komische entweder oh oh da baut ähm da baut er misst da hat er unfug gebaut oder das ohr gekratzt war das rechte ohr interessiert keinen frau ich aber ob es ooooh ooooh ach sie ist faktisch ooooh glaubst du das hilft dir jetzt besonders ooooh ne glaube ich ja nicht nein es hilft dir in schuss heustreck Das Wasser war auch sehr realistisch. Aha. Wer stimmt denn mit so mit deinem Kopfnicken? Kann sein, dass du ein bisschen zu früh bremst? Ähm, ja. Jetzt kommst du ein Mensch, ja. Oh, er hat's... Ja, ab und zieh! Ja, toll, weiter! Hätte ich jetzt noch einen Tempzug gehabt. Nee, hätt's eh nicht geschafft. Ich fülle ein paar Kontrollpunkte. Ja, schade, ne? Ja, schade, definiere schade. Ich freue mich, ne? Ja, er hat's geschafft. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Er schafft die Kurve und die drei Säulen. Die Kurve hat er nicht gepackt, aber da kommt direkt ein Hindernis. Es ist kein Größernis, aber es ist ein Hindernis. Und er hat es auch... ...wenn ich nicht. Schafft er es auch darüber? Nein, schafft er nicht. Ja, ich bin... Pfff. Oh, 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 oh. Das schaffst du immer ganz gut. Danach verkackst du. Ja. Ja, das ist schade. Wir würden eine richtig gute Zeit schaffen. Mhm. Interessiert mich schon gerade vorwiegend. Ich bin wieder von Tier. Ja. Ich bin wieder von Tier. Ich bin einfach mal gespannt, ob er es wieder schafft. Darum sage ich erstmal gar nichts. Räumtisch mach ich. Oh. 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 Perfektes Timing. Ja. Das zählt jetzt 3 zu 0 mit diesen drei Rennen. Ja. Ja. Vielen Dank.